Heiligabend. Heute ist der 24. Dezember. Heiligabend in Nürnberg und es ist sehr kalt. Auf den Dächern und den Straßen liegt Schnee. Überall gibt es Märkte mit Spielzeug, Schmuck und Weihnachtssüßigkeiten. Die Ladenhändler haben die Fenster mit Weihnachtsdekorationen geschmückt. Die Kinder singen Weihnachtslieder in den Straßen. Familie Stahlbaum wohnt in Nürnberg und bei ihr Zuhause ist alles soweit fertig für das Weihnachtsfest. Im Wohnzimmer steht der Tannenbaum mit Kerzen, Kugeln, Perlenketten und Weihnachtsfiguren. Unter dem Baum liegen die Geschenke, die Schachteln sind bunt, manche sind groß und andere klein. Fritz und Klara Stahlbaum sind Bruder und Schwester. Klara ist schön, ihre Haare sind lang und braun und ihre Augen sind blau. Sie liebt Puppen und hat sehr viele. Fritz ist groß. Seine Haare sind blond und seine Augen sind braun. Er liebt Spielzeugsoldaten und spielt oft mit ihnen. Die Geschwister sind aufgeregt und freuen sich auf die Bescherung. Bald ist die Bescherung, sagt Klara zufrieden. Die Gäste sind schon da. Ja, antwortet Fritz. Schau mal, auf dem Tisch gibt es einen Teller mit Keksen, ein Tablett mit Süßigkeiten und Obst und einen Teller mit Weihnachtskuchen. Wo ist Onkel Drosselmeier? fragt Klara. Ich sehe ihn nicht. Es ist noch früh, Klara, antwortet Fritz. Herr Drosselmeier ist ein Freund von der Familie und die Kinder nennen ihn Onkel Drosselmeier. Er ist sehr groß und dünn und seine Beine sind sehr lang. Seine Haare sind weiß und seine Nase ist lang. Er trägt eine Augenklappe. Alle lieben Onkel Drosselmeier. Er ist klug und kann Spielsachen bauen. Sein Spielzeug und seine Ohren sind magisch. Es klingelt, Klara und Fritz rennen zur Tür, aber es ist nicht Herr Drosselmeier. Wo ist denn Onkel Drosselmeier? fragt Fritz. Es ist fast sieben Uhr. Warum kommt er so spät? fragt Klara. Er muss zur Bescherung kommen, sagt Fritz und schaut zur Tür. Er bringt uns Geschenke und seine Spielsachen sind magisch. Viele Gäste nehmen am Fest teil. Alle sind elegant gekleidet. Man musiziert und die Leute tanzen. Man unterhält sich und lacht. Alle bewundern den Weihnachtsbaum. Die Kinder sausen um den Baum und sind fröhlich. Aber Onkel Drosselmeier ist nicht da. Plötzlich klingelt es. Klara und Fritz rennen zur Tür. Es ist Onkel Drosselmeier, ruft Klara und hüpft ganz aufgeregt. Er ist da, freut sich Fritz. Onkel Drosselmeier steht vor der Tür und lächelt den Kindern freundlich zu. Er trägt einen Mantel und hat viele Geschenke bei sich. Guten Abend, sagt Onkel Drosselmeier. Herr und Frau Stahlbaum und die Gäste antworten, herzlich willkommen zum Fest, Herr Drosselmeier. Vielen Dank, sagt Onkel Drosselmeier. Es ist sehr kalt heute Abend. Der Wind weht und es schneit. Aber hier drinnen ist es warm und gemütig. Dann schaut er Klara und Fritz an und sagt, Ich habe viele Überraschungen für euch. Eine große Freude für euch Kinder. Gehen wir ins Wohnzimmer. Ich bringe Geschenke für alle. Sie sind immer so nett, sagt Frau Stahlbaum und lächelt. Klara und Fritz laufen ins Wohnzimmer und Onkel Drosselmeier folgt ihnen. Er betrachtet den Tannenbaum und sagt, Euer Weihnachtsbaum ist sehr schön. Haben Sie zu Hause auch einen Weihnachtsbaum? fragt Klara. Ja, aber mein Baum ist sehr klein, antwortet Herr Drosselmeier. Der Nussknacker. Alle stehen neben dem Weihnachtsbaum und blicken Onkel Drosselmeier an. Er legt viele Geschenke unter den Baum. Klara und Fritz betrachten sie und sind sehr aufgeregt. Ich zeige euch jetzt einige besondere Geschenke, sagt Onkel Drosselmeier. Er öffnet zwei rote Schachteln und nimmt zwei große Puppen heraus. Sie sind ein Mann und eine Frau. Ihre Kleidung ist festlich. Der Mann trägt einen Anzug und die Frau hat ein Abendkleid an. Sie sind sehr groß, staunt Klara. Sie sehen wie richtige Menschen aus, sagt Fritz. Und nun schaut mal, sagt Onkel Drosselmeier. Er dreht den Schlüssel auf dem Puppenrücken und die Puppen fangen an, durch den Raum zu tanzen. Die beiden bewegen sich nach der Musik und alle sind überrascht. Klara und Fritz lachen. Die Musik geht zu Ende und die Puppen hören auf zu tanzen. Onkel Drosselmeier legt sie wieder unter den Weihnachtsbaum. Und jetzt weiter mit anderen Geschenken, sagt er und schaut Klara, Fritz und die anderen Kinder an. Klaras Herz klopft sehr schnell. Onkel Drosselmeier verteilt die Geschenke. Er hat für alle etwas, für die Mutter und den Vater von Klara, für ihre Cousinen, Tanten und Onkel. Alle sind sehr glücklich. Onkel Drosselmeier gibt jetzt Fritz sein Geschenk. Er packt es aus und findet 20 Spielzeugsoldaten. Oh, Onkel Drosselmeier, sagt er, was für ein wunderschönes Geschenk. Ich liebe Spielzeugsoldaten. Sie können meinem Herr beitreten. Onkel Drosselmeier schaut Klara an und reicht ihr eine große blaue Schachtel. Jetzt bist du dran. Nun kannst du dein Geschenk auspacken, Klara, sagt er. Klara macht ganz langsam die Schachtel auf. Und was findet sie? Einen großen Soldaten aus Holz. Sie ist überrascht und schaut ihn sich vorsichtig an. Er ist ein Nussknacker, ein magischer Nussknacker, erklärt Onkel Drosselmeier. Er ist sehr schön, sagt Klara zufrieden. Nein, er ist nicht schön, meint Fritz. Er ist hässlich. Das ist nicht wahr, Fritz, antwortet Klara. Er ist sehr schön und ich liebe ihn. Er ist mein Nussknacker. In der Tat ist der Nussknacker nicht besonders schon, aber Klara ist glücklich. Auch der Nussknacker darf zu meinem Heer gehören, sagt Fritz. Er kann Kapitän Nussknacker sein und meine Truppen anführen. Er nimmt Klara den großen Soldaten aus der Hand und saust um den Tannenbaum herum. Er springt hin und her und wirft den Nussknacker in die Luft. Alle schauen zu und lachen, aber Klara ärgert sich. Dein Kapitän Nussknacker, ruft Fritz spottend. Hör auf, Fritz, schreit Klara. Wirf ihn nicht in die Luft. Gib ihn mir zurück. Das ist mein Geschenk. Sie rennt hinter Fritz her und hält ihn fest. Plötzlich schmeißt Fritz den Nussknacker auf den Boden und, peng. Klara betrachtet ihn besorgt. Oh, nein! Sein Arm ist gebrochen, sagt sie ärgerlich. Mein armer Nussknacker. Du bist frech, Fritz. Klara ist sehr böse und fängt an zu weinen. Bitte, Klara, hör auf zu weinen, sagt Onkel Drosselmeier. Ich kann seinen Arm in eine Schlinge legen, vergiss es nicht, er ist ein magischer Nussknacker. Klara schaut den Onkel an, aber sie hört nicht auf zu weinen. Leg jetzt den Nussknacker ins Bett. Zusammen mit deinen Puppen, sagt Onkel Drosselmeier. Der wird wieder gesund. Klara glaubt dem Onkel nicht, aber sie nimmt den Nussknacker und bringt ihn in die Spielecke im Wohnzimmer. Hier liegen ihre Puppen, die Spielzeugsoldaten von Fritz und andere Spielsachen. Sie legt den Nussknacker neben ihre Lieblingspuppen schlafen. Ich hoffe, dass Onkel Drosselmeier recht hat, sagt sie traurig. Gute Nacht, lieber Nussknacker. Mitternachtszauber Nach der Feier sind Klara und Fritz müde und gehen nach oben zu Bett. Aber Klara kann nicht schlafen. Sie denkt an ihren Nussknacker und seinen Arm. Der Arm vom Nussknacker ist nämlich gebrochen. Sie ist sehr traurig. Wie geht es meinem Nussknacker, denkt sie. Schläft er? Ich kann nicht bis morgen früh warten. Ich möchte ihn jetzt sehen. Klara steht auf und zieht ihre Hausschuhe an. Dann geht sie die Treppe runter. Im großen Haus ist es dunkel und still. Das Wohnzimmer und der Weihnachtsbaum sehen im Dunkeln seltsam aus. Auf dem Tisch liegen noch Kekse und ein Rest von dem Weihnachtskuchen. Ich habe Hunger, denkt Klara. Ich nehme mir ein Stück Kuchen. Sie schaut auf die Wandohr, die in der Ecke vom Wohnzimmer an der Wand hängt. Es ist Mitternacht. Plötzlich passiert etwas Seltsames. Der Tisch wird groß und größer. Was ist denn mit dem Tisch los, denkt sie. Dann schaut sie zum Weihnachtsbaum und sieht, dass der auch immer größer wird. Auf einmal ist im Wohnzimmer alles riesig und Klara sehr klein. Warum ist alles so groß, denkt sie. Und warum bin ich so klein? Klara hat Angst. Sie hört ein Geräusch hinter sich und dreht sich um. Schnell versteckt sie sich unter dem Tisch. Noch einmal hört sie das Geräusch. Und plötzlich sieht sie viele Mäuse. Die Mäuse sind sehr groß und haben einen Schwanz. Die Schwänze sind sehr lang. Die Mäuse rennen ins Wohnzimmer. Der Mausekönig führt sie an. Er ist ihr Kapitän. Der Mausekönig sieht furchtbar aus. Ach, du lieber Himmel, denkt sie, diese Mäuse sind unglaublich groß. Und sie sehen nicht freundlich aus. Der König und die Mäuse springen auf den Tisch und fangen an, den Weihnachtskuchen und die Kekse zu essen. Klara bleibt in ihrem Versteck unter dem Tisch und weiß nicht, was sie machen soll. Der Mausekönig sieht Klara und läuft auf sie zu. Oh nein, schreit sie, wohin soll ich nun laufen? Plötzlich hört sie ein Geräusch, das aus der Ecke vom Wohnzimmer kommt. Klara dreht sich um, die Spielzeugsoldaten von Fritz marschieren durch das Wohnzimmer. Sie haben einen Helm, eine Jacke und eine Hose an. Die Hosen sind blau und die Jacken rot. Das sind die Spielzeugsoldaten. Von Fritz sagt Klara fröhlich. Sie kommen, um mir zu helfen. Die Spielzeugsoldaten laufen auf die Mäuse zu und die Mäuse auf die Spielzeugsoldaten. Jetzt beginnt der Kampf, denkt Klara und schaut erstaunt zu. Es ist sehr laut und der Muskmacker wird wach. Was ist denn los, denkt er. Er steht schnell auf und geht zu den Spielzeugsoldaten. Ich bin Kapitän Muskmacker und jetzt bin ich euer Kapitän, sagt er. Kommt! Jetzt kämpfen wir zusammen gegen die Mäuse. Folgt mir! Also los, rufen die Spielzeugsoldaten fröhlich. Sie folgen dem Kapitän und fangen an, gegen die Mäuse zu kämpfen. Der Kampf geht um den Weihnachtsbaum herum und um den Tisch. Sie kämpfen in den Ecken vom Wohnzimmer, wo es dunkel ist. Die Spielzeugsoldaten sind gute Kämpfer, aber einige stolpern über die Mäuseschwänze. Es ist sehr laut. Der Muskmacker und der Muskmacker und der Mausekönig kämpfen gegeneinander und benutzen ihre Schwerter. Sie kämpfen überall im Wohnzimmer und laufen von einer Ecke in die andere. Dann geht der Kampf um den Weihnachtsbaum herum. Sie sind sehr laut. Der Mausekönig ist sehr stark und der Muskmacker ist sehr tapfer. Aber der Muskmacker fällt auf den Schwanz von dem Mausekönig. Oh, mein armer Muskmacker, sagt Clara. Ich muss ihm helfen, aber wie? Sie denkt kurz nach und nimmt dann ihren Hausschuh und wirft ihn gegen den Mausekönig. Der Schuh trifft den Mausekönig am Kopf. Er fällt zu Boden und bewegt sich nicht mehr. Oh nein, rufen die Mäuse. Sie laufen zu ihm. Der König ist verletzt, sagt eine Maus traurig. Der bewegt sich nicht. Wir müssen ihn nach Hause bringen. Die Mäuse tragen den König aus dem Wohnzimmer. Hurra! Hurra, rufen die Spielzeugsoldaten. Ein Soldat schießt mit der Spielzeugkanone. Peng! Es folgt ein sehr lautes Geräusch und im Raum gibt es viel Rauch. Die Mäuse haben Angst und laufen weg. Mit den Händen hält Clara sich die Augen zu, aber nur für ein paar Sekunden. Ich habe Angst, die Augen aufzumachen, denkt sie. Was ist denn hier los? Es ist so laut und ich rieche Rauch. Wo ist mein lieber Nussknacker? Der Prinz. Klara hat immer noch die Hände vor den Augen. Der Rauch und das Geräusch sind jetzt weg. Alles ist ruhig. Vielleicht kann ich jetzt die Augen wieder aufmachen, denkt sie. Langsam nimmt sie die Hände vom Gesicht und macht die Augen auf. Sie schaut sich um und ist sehr überrascht. Träume ich, denkt sie. Ich bin nicht mehr im Wohnzimmer. Wo bin ich? Das ist Zauberei. Klara ist nicht im Wohnzimmer. Sie befindet sich in einem Zauberwald mit vielen Bäumen. Überall liegt Schnee. Und hoch am Himmel scheint der Mond. Sie sieht einen Schlitten mit zwei Pferden. Die Pferde sind weiß. Ein Junge sitzt auf dem Schlitten. Er ist sehr schön. Hallo, Klara, ruft er. Woher weißt du meinen Namen? Fragt Klara. Der Junge lächelt. Wer bist du? Fragt Klara. Weißt du das nicht? Sagt der Junge. Oh, Klara, der Fluch ist gebrochen. Ein Fluch, sagt Klara. Ich verstehe nicht. Ich bin ein Prinz, sagt der Junge lächelnd. Ein Prinz, fragt Klara sanft. Genau, ich bin ein Prinz. Erkehrt der Junge. Manchmal spricht der Mausekönig einen Fluch gegen jemanden aus. Nur die Liebe kann den Fluch brechen. Sie schaut ihn sich gut an. Dann sieht sie sich seine Kleider an. Sie sind sehr schön und teuer. Plötzlich ruft sie. Ich kenne dich. Du bist der Nussknacker. Mein Nussknacker aus Holz. Genau, antwortet der Prinz. Und jetzt werde ich nie mehr ein Nussknacker sein. Deine Liebe hat aus mir einen Prinzen gemacht, deinen Prinzen. So überrascht ist Klara, dass sie nicht sprechen kann. Sie schaut zu dem Prinzen und lächelt. Ich danke dir, dass du den Fluch gebrochen hast, sagt der Prinz. Ich möchte dich jetzt zu meinem Schloss führen. Du hast ein Schloss, fragt Klara erstaunt. Natürlich habe ich ein Schloss, sagt der Prinz. Ich bin der Prinz aus dem Land der Süßigkeiten. Das Land der Süßigkeiten, sagt Klara. Der Name von deinem Land ist wirklich sehr schön. Mein Land ist wunderschön, sagt der Prinz. Komm. Setz dich neben mich auf den Schlitten. Ich werde dich ins Land der Süßigkeiten bringen. Klara steigt auf den Schlitten und setzt sich auf ein Kissen. Das Kissen ist gelb und sehr weich. Klara sitzt neben dem Prinzen. Und dann fliegt der Schlitten am Himmel durch die Nacht. Das ist aber aufregend, sagt Klara. Wir fliegen an dem Mond und an den Sternen vorbei. Kannst du das Schloss da unten sehen? Fragt der Prinz und zeigt mit dem Finger auf einen Palast. Neben dem Palast gibt es einen See. Ja, ich sehe das Schloss, und ich sehe auch den See. Das Schloss sieht wie ein riesiger Geburtstagskuchen aus. Rosa, gelb, blau, grün, orange und braun sind seine Farben. Das ist das Schloss vom Land der Süßigkeiten, sagt der Prinz zufrieden. Es ist aus Zucker, Süßigkeiten, Schokolade und Pfefferminzstäbchen gebaut. Im Garten gibt es viele Überraschungen, und sie haben alle eine magische Kraft. In diesem Land sind alle fröhlich. Märchenhaft, sagt Klara. Heute werde ich dir Gerhard vorstellen, erklärt der Prinz. Wer ist Gerhard, fragt Klara. Er ist sehr wichtig für mich, sagt der Prinz. Er ist für mich wie ein Großvater. Ich bin oft nicht da, und dann passt Gerhard auf das Schloss auf. Dein Schloss ist sehr groß, sagt Klara. Ja, es ist sehr groß, sagt der Prinz. Es hat hundert Räume. Hundert Räume, sagt Klara überrascht. In meinem Haus in Nürnberg haben wir nur zwölf Zimmer. Sie steigen vom Schlitten. Es schneit. Überall tanzen Schneeflocken. Die Schneeflocken tanzen um uns herum, sagt Klara. Wie schön. Klara und der Prinz stehen jetzt vor dem Schlosstor. Das Tor ist sehr groß und rosa, und es ist aus Zucker und Schokolade. Sechs Affen stehen am Tor. Sie tragen eine Jacke. Die Affen begrüßen den Prinzen mit einem Lied. Hallo, meine Freunde, sagt der Prinz. Dankeschön für das Lied. Klara und der Prinz gehen in den Garten. An den Bäumen hängen Früchte aus Gold, und überall klingt Musik. Die Blumen sind aus Schokolade und Süßkirschen. Sie spazieren einem Bach entlang. Das ist der Orangenbach, erklärt der Prinz. In diesem Bach fießt Orangensaft. Und es riecht auch so schön nach Orangen, sagt Klara. Und das sind Marmeladendäume, erklärt der Prinz weiter und zeigt auf einige Bäume neben dem Bach. Das ist ein Baum aus Erdbeermarmelade und der andere da ist aus Aprikosenmarmelade. Meine Lieblingsmarmeladen, sagt Klara. Als sie zum Schluss zurückgehen, werden sie von einem Mann begrüßt. Seine Haare sind lang und weiß. Der Mann ist groß. Er trägt eine Jacke. Die Jacke ist lang und ihre Farben sind rot und gold. Willkommen zu Hause, mein lieber Prinz, sagt er. Alle freuen sich, dass der Fluch gebrochen ist. Der Mann schaut zu Klara und lächelt. Vielen Dank, Gerhard, antwortet der Prinz. Und jetzt feiern wir. Wir haben eine Aufführung für dich vorbereitet, sagt Gerhard. Wir haben Tänzer hierher gerufen. Sie sind sehr gut und ihre Kostüme sind wunderschön. Es gibt auch Musik. Und nun setz dich auf Ton und viel Spaß. Das Land der Süßigkeiten. Alle sitzen im Thronsaal. Ein Orchester macht Musik. Die Musik ist sehr schön. Man spielt Violine, Hörner und Klavier. Die Aufführung fängt an. Ich erkläre euch jetzt das Programm, sagt Gerhard. Die Zuckerpflaumenfee erscheint als erste. Die Zuckerpflaumenfee ist die Lieblingstänzerin vom Prinzen. Sie trägt ein Kostüm und Tanzschuhe. Das Kostüm ist weiß und die Tanzschuhe sind rosa. Sie tanzt mit einem Mann. Der Mann ist sehr schön und auch er hat ein Tänzerkostüm an. Es ist blau. Die Musik ist wunderschön. Alle schauen auf die Tänzer, hören zu und sind still. Der Tanz geht zu Ende und alle klatschen. Dieser Tanz ist wunderschön, sagt Clara. Und klatscht in die Hände. Ja, die Zuckerpflaumenfee tanzt sehr gut, sagt der Prinz. Und jetzt kommt der spanische Tanz, sagt Gerhard. Hör dir die Musik aufmerksam an, sie ist fantastisch. Es gibt ganz viele Tänzer, Männer und Frauen und sie kommen aus Spanien. Ihre Haare sind dunkel und die Augen schwarz. Die Frauen tragen Röcke und Tanzschuhe. Die Röcke sind lang und rot und auch die Schuhe sind rot. Die Männer tragen Hemden und Hosen. Die Hemden sind weiß und die Hosen schwarz. Sie bewegen sich alle sehr schnell und folgen dem Rhythmus von der Musik. Am Ende schenken sie Clara und dem Prinzen Schokolade zum Essen. In Spanien gibt es sehr gute Schokolade, erklärt einer von den Tänzern. Das nächste Stück ist der arabische Tanz, sagt Gerhard. Die Tänzer sind Männer und Frauen. Das Kostüm von den Frauen ist lang und weiß und ihre Tanzschuhe sind schwarz. Die Hemden und die Hosen von den Männern sind weiß. Die Musik ist sehr schön und die Tänzer bewegen sich langsam. Nach ihrem Tanz schenken sie Clara und dem Prinzen Kaffee. Der Kaffee kommt aus Arabien, erklärt einer von den Tänzern. Mir gefällt diese Aufführung, sagt Clara fröhlich. Und jetzt kommen die Kosaken. Ihr Tanz heißt der russische Tanz, sagt Gerhard lächelnd. Zehn Männer fangen an zu tanzen und werfen die Beine in die Luft. Dann springen sie sehr hoch und drehen sich viele Male um sich selbst. Die Kostüme und die Hüte von den Kosaken sind bunt. Die Musik ist laut und schnell. Sie haben etwas Magisches, sagt Clara. Sie sind magisch, sagt der Prinz. Schau, wie sie tanzen. Nach dem Tanz schenken die Kosaken Clara und dem Prinzen Pfefferminztäppchen. Sie sind rot und weiß. Diese Pfefferminzstäbchen sind ein Geschenk für euch, sagt einer von den Tänzern. Und jetzt kommt der chinesische Tanz, sagt Gerhard. In dieser Gruppe gibt es nur Frauen und der Tanz ist wunderschön. Die Kostüme von den Chinesinnen sind rot und golden und die Musik ist bezaubernd schön. Sie tanzen durch den ganzen Thronsaal. Dann schenken die Frauen Clara und dem Prinzen Schachteln aus Holz. In den Schachteln ist Tee. Wir haben Tee für euch aus China mitgebracht. Der Tee in unserem Land ist grün und schwarz, sagt einer von den Tänzerinnen. In China trinken wir viel Tee. Der Blumenwalzer ist das letzte Stück für heute Abend, sagt Gerhard. Das Orchester fängt an zu spielen. Die Musik ist sanft. Zwanzig Tänzer kommen in den Thronsaal. Sie tragen Kostüme in verschiedenen Farben und sie fangen an zu tanzen. Die Tänzer sehen wie Blumen aus, sagt Clara. Ja, das stimmt, sagt der Prinz. Nach dem Tanz schenkt jeder Tänzer Clara und dem Prinzen eine Blume aus Süßkirschen und Schokolade. Willkommen im Land der Süßigkeiten, sagen sie. Vielen Dank, antwortet Clara. Ich bedanke mich für die Aufführung und die Geschenke. Alles ist wunderschön. Ich bin sehr glücklich. Ja, vielen Dank jedem von euch, sagt der Prinz lächelnd. Weihnachtsmorgen. Die Tänzer sitzen nach der Aufführung alle im Thronsaal, unterhalten sich und lachen. Dürf ich mit dir tanzen, fragt der Prinz. Oh, ja, antwortet Clara freudig. Das Orchester beginnt zu spielen und die beiden fangen an zu tanzen. Sie tanzen von einer Ecke in die andere und wieder zurück. Sie lachen und tanzen. Die Musik geht zu Ende und Clara und der Prinz setzen sich auf den Thron. Clara ist sehr müde und schafft es nicht, die Augen offen zu halten. Auf einmal schläft sie ein. Man hört ein Geräusch an der Tür. Clara, sagt jemand. Clara, schläfst du, komm, wach auf. Clara wird wach. Sie sitzt neben dem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Wo bin ich, fragt sie halb wach. Was ist mit mir passiert? Wo ist der Prinz? Sie schaut sich im Wohnzimmer um. Aber niemand ist da. Clara, sagt jemand noch einmal. Clara, wach auf. Onkel Drosselmeier macht die Tür zum Wohnzimmer auf und kommt herein. Guten Morgen, Clara, sagt er fröhlich. Was machst du hier am Weihnachtsmorgen? Oh, es ist Weihnachtsmorgen, sagt Clara überrascht. Frohe Weihnachten, Onkel Drosselmeier. Frohe Weihnachten, Clara, antwortet Onkel Drosselmeier. Clara schaut zum Weihnachtsbaum und sieht sich im Wohnzimmer um. Es ist leer. Sie blickt aus dem Fenster, es schneit. Das ist nicht der Thronsaal, denkt sie. Wo sind die Tänzer und wo ist der Prinz? Alles ist still. Alles ist still. Also ist das alles nur ein Traum gewesen, sagt sie traurig. Ein Traum, fragt Onkel Drosselmeier. Clara weiß nicht, was sie sagen soll. Sie wird rot im Gesicht und ist traurig. Ja, ein Traum, ein wunderschöner Traum vom Land der Süßigkeiten, und der Nussknacker war ein Prinz. Die Musik war so schön und die Tänzer so gut, sagt Clara. Vielleicht war das alles nicht nur ein Traum, sagt Onkel Drosselmeier und schaut zur Wohnzimmertür. Clara dreht sich um und blickt zur Tür. Und wen sieht sie da? Den Nussknackerprinzen. Frohe Weihnachten, Clara, sagt der Prinz. Oh, dann ist es kein Traum, sagt Clara glücklich. Nein, Clara, ich bin ein echter Prinz, sagt er und lächelt ihr zu. Ich freue mich so sehr, dass du echt bist, sagt Clara. Und ich bin der Onkel von dem Prinzen, sagt Drosselmeier zufrieden. Das ist ein magischer Weihnachtstag für alle. Ja, das stimmt, sagen Clara und der Prinz lächelnd. Ich bin der Träum, ich bin der Träum. Ich bin der Träum, ich bin der Träum. Vielen Dank.